Isis! 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 Was ist jetzt? Eingreifen oder nicht? Keine Ahnung. Können wir nicht erstmal Ursachenforschung betreiben, bevor wir... Oh Gott, Sie! Isis-Versteher! Man kann das Böse nicht verstehen. Man kann es nur bekämpfen, indem man rechtzeitig eingreift. Ah, verstehe, wie die Amerikaner damals im Mittleren Osten... Ja. Gut, super. Spielen wir das Ganze doch nochmal nach. Guck mal, wir stellen uns vor, Sie sind Amerika. Okay. Viel Spaß. So, wir gehen zurück in der Geschichte. Und zwar in die Geschichte des amerikanischen Eingreifens. So, gucken Sie mal. Können Sie das erkennen? Kommen Sie, reißen Sie ein bisschen zusammen. Für mich ist es die sechste Stunde hier. So. So. Also, wir begeben uns ein bisschen zurück ins Jahr, sagen wir mal, 1953. Im Iran regiert das Böse. Mohamed Moussadek. Was? Der Mann war Rechtsanwalt. Sag ich doch, das Böse. Nö. Unsinn. Der Mann war demokratisch gewählt. Der trat ein für eine Trennung von Staat und Kirche. Ja, aber er wollte ans Öl. Was? Diese Raffzahn. Na gut, also er wollte dem iranischen, hungernden iranischen Volk sein eigenes Öl zurückgeben, dass sich die Briten geschnappt hatten. Aber das sind Details. Das brauchen Sie nicht. Sie sind Amerika. Genau. Der Mann muss weg. Genau. Ein Problem. Ein Problem. Der Mann ist demokratisch gewählt. Schicke ich die CIA. Gut. Jawohl. Die CIA besticht jetzt die Presse, Abgeordnete und kauft sich ein paar Gangsterbanden. Die versetzen dieses Land Iran ins Chaos, bis die Armee putscht und Sie Ihren Mann den Schar einsetzen können. Klingt aber schon ein bisschen nach Verschwörungstheorie, oder? Ja, das war es auch bis letztes Jahr. Da hat die CIA die Akten geöffnet. Ah. Dann ist das jetzt Geschichte. Kann man so sagen. Und das Schöne darin ist, Ihr Schar hat im Iran quasi eine stabile Diktatur installiert, die Ihnen und den Briten die Ölquellen sichert. Wir haben also die westlichen Werte erfolgreich verteidigt. Ja. Bis das Böse wieder sein Haupt erhebt. Was? Noch mehr Anwälte? Nein, schlimmer. Hören Sie, jetzt, der Schar hat sein Volk so unterdrückt, dass radikale Islamisten unter Ayatollah Khomeini den Schar bei Seite schaffen und selbst ein religiöses Terrorregime eröffnen. Was? Da muss ich eingreifen? Nein, ruhig Brauner, das lassen wir jetzt mal jemand anders ran, ne? Ah, Hussein, den bombe ich weg. Nein. Hussein marschiert in den Iran ein. Er kämpft gegen das Böse. Dann schicke ich ihm Waffen? Na, nur ein kleines Problem. Was, was das denn? Ein Waffenembargo. Scheiß Pazifisten, ja. Ich weiß was. Was? Ich schicke nur Einzelteile. Haha, nicht schlecht. Der eine schickt Senf, der andere Gas. Was können Sie dafür, dass Hussein Senfgas draus macht? So, Hussein führt acht Jahre lang Krieg, 750.000 Tote, die Giftgasangriffe erfolgen übrigens mit ihrem Wissen. Also, das ist jetzt aber Verschwörungstheorie. Ja, das war es auch bis letztes Jahr, da hat die CIA die Akten geöffnet. Sagen wir mal, haben die Idioten keinen Schredder? Ja, bitte. Das ist natürlich cool. So, Vorsicht hinter Ihnen. Was? Nein. Hier, die Russen marschieren in Afghanistan ein. Da muss ich eingreifen. Na ja, das tun sie im Prinzip schon. Sie rüsten radikale Islamisten auf. Radikale Islamisten gegen die Russen? Ja. Toll. Ja. Moment, 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 Moment. Radikale Islamisten, bekämpfe ich die im Iran als das Böse? Ja, aber gegen die sehr bösen Russen sind die... Weniger böse. Ja. Wunderbar. Da werde ich mich gleich mal bedanken bei einem der Anführer, die da für uns in Afghanistan kämpfen. Wie heißt denn da jemand? Osama Bin Laden. Ich rufe später an. Gut. Über eine Million tote Zivilisten später. Das Gute hat gesiegt. Ja, bis das Böse wieder sein Haupt erhebt. Was? Die Russen kommen zurück? Nein. Saddam Hussein. Aber der war doch gerade eben der Gute. Ja, aber jetzt marschiert er gerade in Kuwait ein. Da muss ich eingreifen. Oder helfen. Na ja, schwierig zu sagen. Kuwait, sagen wir mal so, absolutistische Monarchie, ohne Frauenwahlrecht dafür, mit Sklavenhandel. Er kämpft also für die westlichen Werte? Ja. Er will ans Ö. Was? Mein Ö? Meine Werte? Ich meine, da muss jemand eingreifen. Warum tut denn niemand was? Ja, die Vereinten Nationen sind nicht so in Kriegslaune. Scheiß Pazifisten! Wissen die denn nicht, dass irakische Soldaten Säuglinge aus Brutkästen herausgerissen haben? Wo haben Sie das denn her? Hat eine Hebamme ausgesagt. Öffentlich! Sie wird sich später als Tochter des kuwaitischen Botschafters herausstellen. Die ganze Geschichte ist frei erfunden? Von einer amerikanischen PR-Agentur. Manchmal braucht das Böse auch ein bisschen Publicity. Sie Schlingel. Gut, die Weltöffentlichkeit ist empört. Sie haben ihren Krieg-Wirtschaftsembargo über eine Million Tote. Das Gute hat wieder gesiegt. Bis das Böse wieder sein Haupt erhebt. Denn seitdem sind in Kuwait amerikanische Soldaten stationiert. Und Al-Qaida und Osama Bin Laden empfinden das als Entweihung der heiligen Erde. So, den Rest kennen Sie. Die Afghanistan 9-11, Osama Bin Laden, World Trade Center 3000 Tote. Woher kommt denn der Hass auf den Westen? Ich weiß es nicht. Sagen Sie mal, Al-Qaida, wo kriegt die eigentlich ihr Geld her? Oh, bis jetzt von Ihnen. Hoppala. Ja, und von Saudi Arabien, Katar und Kuwait. Eingreifen, wegbomben! Nein, das geht nicht! Das sind die Guten, die haben zu viele von Ihnen Werten. Dann irgendwas in der Nähe. Ja, Irak wäre grad frei. Da war ich schon lange nicht. Ja, gut. Außerdem... Was denn? ...hat Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen. Sagt die Hebamme. Was? Sehr, sehr gut. Sie marschieren zum zweiten Mal in Irak ein, 100.000 Tote und Saddam Hussein wandert von seinem Erdloch in ein anderes Erdloch. Ah, Mission accomplished! Ja. Bis das Böse wieder sein Haupt erhebt. Die ISIS nutzt das von Ihnen hinterlassene Chaos und auch die von Ihnen hinterlassenen Waffen, um einen perversen Gottesstaat zu errichten. Verdammt! Da muss ich jetzt gegen die ganz Bösen kämpfen. Dann nehme ich vielleicht einen Halbbösen, den Iran. Was? Oder vielleicht den Assad, der ist dreiviertelböse. Was? Ich weiß es doch auch nicht. Sagen Sie mal, gibt es bei diesen ganzen religiösen Fanatagen nämlich wenigstens einen Demokraten, der für die Trennung von Staat und Kirche eintritt? Ja, da hat es jemand gegeben. Musadek. Aber den wollten Sie als erstes loswerden. Gut, dass ich eingeriffen habe. Danke. Applaus 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 Applaus